Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich werde heute Mario Kart Deluxe spielen. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Gebt auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und wir fangen mal an. Also, ich mach mal Single. Biss ich, was ich mach online play? Okay, ich guck mal, wer mit dieser Uhrzeit alles online ist. Ah ja, stimmt, hier können wir noch nicht hin online. Okay, wir haben uns unentschieden, wir machen doch lieber... Ähm, wer ist nochmal? Single player. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen Grand Prix. Grand Prix, oh mein Gott. So, wenn englisch nicht so wird. Ähm, lass uns mal... 50 CC machen. Okay. Okay. Auf jeden Fall neue Charaktere. Da sind wir uns. Und ja, klar. Ah, ne, okay, man braucht den. Schade. Schade, aber egal. Ähm, ich würde mal sagen, wir spielen mit denen. Äh, ich würde sagen, wir spielen mit denen und... Und dann... Ähm... Äh, ich bin jetzt nicht so ein Profi, ich bin doch nicht so oft. Ähm... 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 Ja. Wir gehen mal rein. Ähm... 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 Ok, bin ich weiter, das ist gut. Optimal Mario Kart Deluxe gespielt. Es gibt so einen YouTuber, den habe ich gerade vergessen, aber der macht so, der hat so, der macht ja immer Videos über Mario Kart. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wie der heißt, Polter ist ein guter, ähm, wir sind gerade Erster, die anderen sind sehr weit, sehe ich da rechts unten, rechts, Mitte, ja, ähm, oh nein, ich kann immer noch sehen, weil das, das Blöde ist, dass es halt nur die Mitte vom Bildschirm, äh, versperrt, nicht nur, auch unten nicht, deswegen kann ich einfach von unten gucken, auf einmal super duper. Oh ne, 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 ne. Oh, ich hasse das, wenn diese blauen Dinge da kommen, die blauen Shells glaube ich. Aber es sieht mir noch gut vorn. Ähm, hat jemand Mario Kart Deluxe gespielt? Äh, wahrscheinlich jeder hatte, also wahrscheinlich hat es jeder von euren, äh, also, kann mir nicht vorstellen, dass einer von euch das nicht gespielt hat, weil das so typisch geknallt, dann kann ich einfach nicht verändern. Früher war ich so immer so Mario-Film. Ich hab jedes einzelne Spiel von Mario gehabt. Wo Mario-Film sehen. Ich hab vor Mario 64 immer Angst gehabt, weil das so, kennt ja die heutige Grafik und die ältere. Und da hab ich immer Angst gehabt, weil das war immer so leer, wenn ihr, wenn ihr mal Mario 64 gesehen habt oder so, könnt's sehen, wenn ihr in das Schloss geht, dass es so richtig leer ist, davon hab ich immer Angst gehabt. Früher hatte ich, oh ne, früher hatte ich immer, äh, Ding. Wie kann ich mich von da hinten treffen? Wie kann ich mich von da hinten treffen? Wie viel geht da einfach so zwei Meter lang und schon hat er mich gedrückt? Das ist üblich krass. Auf jeden Fall, Mario 64, ja, davon hab ich immer Angst gehabt. Ich hab so immer Angst gehabt, dass mich hier, äh, so einmal so ein Virus kommt. Früher hab ich auch immer so die Virus angeschaut, so. Ist ein G4 oder so. Ich hab früher eben mal geguckt, guck ich immer noch. Naja, das war easy. Könnt ihr eigentlich gut englisch? Ich kann so, wie soll ich sagen, ich kann, ähm, ich kann, ich kann nicht so gut englisch. Aber ich kann, ich bin so Anfänger englisch. Wie ist immer so. Juhu. Ich liebe sie. Ich bin einfach der Beste hier. Welche magst du, ähm, die in die Kirche liebt? ich sag einfach ich sag einfach ich schaffe den letzten zu überholen einfach zu kurz ich probiere es ich habe auch so einen freund ich kann glaube ich mal oben anblenden wenn ich es kann auf jeden fall cool ist auch so ein cooler er macht auch immer die katzen ich finde es voll cool checkt ihn auch mal aus wie gesagt ich finde ich fang noch an mit youtube und man kann nicht einfach so direkt bis die youtubers da werden aber diese gaming videos hoffe ich es gefällt euch ich kann sie nicht so gut gucken weil egal ja mann ich bin wir sagen wir von den abwürdigsten oh nee ich habe keine zwei gemacht du kommst auch hier du ja du genau du okay dann gehen wir mal los ich habe auch nie gecheckt weil immer wenn man sie höchst ja wenn ich also gerade wie ich mache und so macht die ganze zeit dann kriegt man ja so ein boost oder so macht dann kriegt man ja so ein boost und ich habe das immer gemacht ich habe ich mache das die ganze zeit es kommen die ganze blau raus aber er will einfach nicht bei mir hoffen man hat richtig glück und letzter ist mir kommen auf die karte haben ist da nicht passiert wenn ihr bockt hat auf mehr solch videos dann könnt ihr mal auf meinen kanal vorbeischauen ich habe jetzt nicht unbedingt so gute videos vor allem nicht die gehen wie das schon bis jetzt nur zwei gemacht mit diesem jetzt sind sein wenn ihr mehr auf solches solche videos habt dann die sache kommt so kurz auf meinen kanal frei vielleicht werde ich auch mal nur für ganz machen habe ich auch noch andere spiele ich habe mich auch immer gefragt warum explodiert sie mich ich habe ich dachte ich kann schon explodieren dann muss ich das nicht nehmen ich dachte gerade ich habe mich auch immer blau auf das funktioniert Ich mag immer 2 und dann krieg ich noch ein item da, dann krieg ich sie mal schneiden. Guck mal wieder hinten, was für ein Glück, erst schießt mich jemand so ab und dann haben sie noch dahinten Raketen und dann warte ich noch, jetzt noch, weißt du, ich hab richtig Angst gehabt. Guck mal, die waren 1mm. Guck mal wieder nach dem nächsten. New City. Äh, da bin ich nicht so gut. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaub, man ist nicht so eine unendliche Strecke, oder? Das ist nicht so eine unendliche Strecke, ich glaub's zumindest. Du weißt ja, dass es immer so Runden gibt, weil ich glaub, diesmal gibt's keine Runden, sondern man einfach nur, sondern bis zum Schluss gehen muss und dann hat man automatisch gewonnen. Also, wie es aussieht, ist glaub ich, äh. und so weiter und so weiter und so besser. was ich fast meine eigenen schelle in einigen schule ist schon ich sehe es schon ich sehe es schon nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht die büte wieder ist gerade so langsam welche so viel auf einmal passiert nummer so zu innen vor ich würde heute um 20 uhr 10 ein live stream machen anschaut dabei ich werde mehrere games spielen ich würde noch mal die kommentare nur weil so wie ich geschrieben habe guck ich mal was ich spielen kann ne ok doch nicht das so für die münzen wieder gefahren das gibt so das schneller booster so und direkt schaff ich es nicht ok 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 wir hatten mal die letzte mal guck mal ob es heute besser wird gilt es immer genannt neue runde neues glück ich habe eigentlich eine frage wenn eine shell die also man kann ja die sachen hinten tun wenn eine shell die das da explodiert ja ich wusste es ich wusste es wollte nur gucken wie das ist doch noch eine münze aber noch eine münze aber nicht wer hat sich da gewonnen und wer nicht jetzt fragt man sich wenn man an sich ist mit sich ich 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 Das ist sie jetzt geworden, ne? Oh, Mistrotto. Ja, ich kenne das. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, heute um... 3... Ne, wirst du 13. Heute um 20.10 Uhr wird ein Live-Spiel kommen. Wenn es nicht kommt, dann wäre es so entschieden, also für morgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gib ein Like mit einem Abo da. Und ja, ciao.